ja moin moin papa moin moin ich bin hier ein bisschen in dezentraland grüß dich papa moment bisschen tanzen ja servus moin 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 ich guck ein bisschen ferner rennen geiles hat macht nicht spaß kann sie die pferdchen selber herstellen in dem sinne ja züchten ja alles auf die blockchain technologie ist jetzt alles neu das ist super geil ja hier dann in das spiel drin wird sich hier ein bisschen machen hier paar leutchen kannst du dir hier umlaufen die guckte stehen man kostet sich alles köln geld die klamotten hier bares geld kann selbst herstellen wenn du hier die sachen einsammelt seine zeit da kannst du den sachen herstellen auch und hier auf der auf der channel bin ich hier sehr dran die arbeit mit tatari zusammen hier ist jetzt live hier live pferder rennen ja du hast einen einen pferd dabei jo papa schönen sonntag bis später auf